Musik Am Wochenende fand der Wettbewerb Jugendmusiziert zum 51. Mal statt. Jährlich nehmen deutschlandweit rund 20.000 Instrumentalisten daran teil. Auch 20 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Musik im Zentrum waren in diesem Jahr vertreten. Sie sind zwischen 6 und 14 Jahre alt und werden von den Instrumentallehrern Motoko Hosaka, Julia Amirova, Jörg Benzing, Mong Chu und Gerd Fischer-Baudis unterrichtet. Die monatelange intensive Vorbereitung hat sich ausgezahlt. Alle Teilnehmer wurden ausgezeichnet. Musik 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 Musik